WONACH MAN SICH ALS FRAU SO SEHLT Man könnte, glaube ich gewiss, es wäre wert, darüber nachzudenken, die Sympathien sicherlich als Frau, wohl mannigfach, verschenken. Zuallererst, so lieber Mann, ganz frei und unumwunden, es wäre wichtig, doch ein bisschen Geist, der, wenn man ansetzt zum Gespräch, letztlich dies zusammenschweißt. Danach und dies ist ja bekannt, besitzen sollt, ne andere Gabe, nicht was ihr denkt, nein, stets charmant, natürlich sein, gar keine Frage. Gekrönt wäre es, so denke ich, wenn er verfügt auch über Herz, gesamtheitlich, ganz sicherlich, wäre es optimal und gar kein Scherz. So träum ich weiter, Nacht für Nacht, mal schauen, was kommt noch, alle Tage, solch Prachtstück finden, wer gelacht, ich geb nicht auf, gar keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.